Die große jüdische Stadt und die Städte der Nationen Um seine These, die große Stadt Mystery Babylon, sei Jerusalem zu untermauern, führt Chris White Offb. 16,19 an. Denn in diesem Vers wird seiner Ansicht nach die große Stadt von den Städten der Nationen unterschieden Offb. 16,19 in der Davar-Übersetzung Und die große Stadt wurde zu drei Teilen, und die Stadtschaft der Nationen fiel, und die große Babylon wurde in Erinnerung gebracht im Auge des Gottes, dass man ihr gebe den Kelch des Weines des Grimmels des Zornes. Chris White erklärt, dass die Städte der Nationen hier deshalb einen Kontrast zur großen Stadt Babylon bilden, weil man die Begriffe Nichtjuden und Nationen biblisch austauschen kann. In Offb. 16,19 stehen also die nichtjüdischen Städte einer jüdischen Stadt inhaltlich gegenüber, die in drei Teile zerfällt. Die große Stadt Babylon gehört folglich nicht den Nationen an. Hierfür kommt jedoch allein das jüdische Jerusalem in Frage, wodurch die Identität der großen Stadt Babylon bewiesen ist. Da Babylon an den vielen Nationenwassern sitzt und über diese herrscht, darf sie auch als Stadtschaft der Nationen, d. h. als Welthauptstadt bezeichnet werden. Sie ist die Stadt der Städte. Chris Whites Argumentation bleibt davon in ihrer Richtigkeit unberührt, denn die große Babylon steht den nichtjüdischen Nationenwassern inhaltlich gegenüber und kann dadurch biblisch eindeutig als Jerusalem identifiziert werden. de in der Nähe des dennciles gewährt werden. Begriffe